Heben Sie ab und übernehmen Sie selbst die Kontrolle eines Helikopters. Zuerst virtuell, dann real. Als erste Flugschule in der Schweiz integrieren Mountain Flyers einen Helikoptersimulator von VRM Switzerland in die fliegerische Grundausbildung. Unsere erfahrenen Fluglehrer instruieren Sie zuerst auf dem Simulator. Auf dieser vollbeweglichen Plattform mit VR-Brille erlernen Sie in einer perfekten Simulation unter realistischen Flugbedingungen die Basics der Helikoptersteuerung. Anschließend wenden Sie Ihr frisch erworbenes Können zusammen mit Ihrem Fluglehrer direkt in einem realen Schnupperflug an und Ihr Traum vom Fliegen wird Wirklichkeit. Buchen Sie noch heute dieses außergewöhnliche Erlebnis bei uns. Als Geschenk, als Verwirklichung eines Traums oder als ersten Schritt für den Erwerb einer Pilotenlizenz. Wir freuen uns auf Sie!